PG-12 Auf Rojo Island kehrt das Böse zurück. Und nur drei Helden können es aufhalten. Was? Ein Koch Sorry Leute, es tut mir echt leid, aber ich muss weg. Ein Vujo-Magier Also Weib. Äh, Starling. Und eine Piratin. Warum hab ich nur das komische Gefühl, dass ich dies hier bald bereuen werde? Erlebt ein Abenteuer voller Piraten. An die Kanonen! Zombies. Was zum Teufel? Und jede Menge Vujo. Von den Machern von A Vampire Story. Lost Pirates of Vujo Island. Das geistreiche Adventure von Erfolgsautor Bill Tiller. Unfassbar, es müsste doch direkt unter ihm sinken. Ja, ja, sehr lustig Leute. Immer auf den dicken Koch. Oh, buttar. Oh, level auf informações. Ja, ja.